Korgan und das Buch von Kaza. Mal sehen, ob wir das Buch von Kaza ohne Korgan finden können. Dann können wir es ja Korgan bringen. So, aber erstmal nochmal zurück zum Druidenheim. Wir haben da nämlich ein Stück, das nicht aufgedeckt ist. Und wir haben noch die Trollhöhle. Oh, das ist Tark. Kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Ja, die scheint uns nichts zu sagen zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Achso, hier oben wollte ich erstmal hin. Und dann noch in den Trollhügel. Okay, hier ist nichts mehr, aber wir haben es aufgedeckt. Ja, das ist manchmal blöd mit solchen Charakteren, die da irgendwo feststecken. Das hatten wir ja schon mal mit Hafnen und so. So, mal sehen, sie sind am Trollhügel. Trolle respawnt. Nö, sind sie nicht. Aber im Trollhügel gibt es garantiert Trolle. Weg mit dem Spektraltroll. Und weg mit dem. Noch ein Troll. Oh, Geistertroll. Oh, Geistertroll. Noch mehr Trolle. Oh Gott, Riesentrolle. Ich wollte gerade fragen, kann der endlich mal sterben? Ganz ehrlich, ich helfe mal ein bisschen nach. Ich habe ja nicht umsonst Mavs, eure Feine. Ich habe ja nicht umsonst Mavs, eure Feine. Euer Wunsch ist mein Wunsch. So. Noch mehr Trolle. Sie hat Fähigkeitswert gesenkt. Die Stärke ist gesenkt. Na gucken wir mal, was habt ihr hier versteckt? Einen Speer. Träger ist gegen Bezauberung und Festhalten Immunträger erhält plus drei Rettungs... Auf seinem Rettungshof gegen Todesmagie ist aber Speerwaffe. Hm. Der amutig wirkende Speer wurde so gefährlich, dass er an das Horn als Einhorn zu erinnert. Ja, wieder etwas, was wir verkaufen können. Armbänder des Bogenschützen. Etw-2, nur Fernkampfwaffen. Oh. Achso, du hast schon Handschuhe des Taschendienststahls. Die musste aber nicht die ganze Zeit tragen. Sondern nur, wenn wir was klauen wollen. So, und das war schon der Trollbau. Yay. Das heißt, wir können hier wieder raus. Eingang zum Truidenhain, Eingang zur Adratz-Hütte, Eingang zum Oger-Turm. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich was. Ja, das hier. Die Dienerin werden schon erledigt. Hallo, junge Frau. Kann ich ein Wort oder zwei haben? Oh. Er kann doch getriggern. Hallo, meine junge Dame. Könnte ich ja nur ein paar Worte durchwechseln? Kenne ich euch? Die Stimme klingt mir vertraut. Doch euer Gesicht... Doch euer Gesicht kann ich nicht einordnen. Vielleicht haben wir uns ja schon getroffen. Wir sind viel in den gleichen Kreisen unterwegs gewesen. Aber nicht zur gleichen Zeit. Herr Minzel ist mein Name. Und ich würde euch gerne eine Frage stellen. Wir haben uns doch bei den Haftern getroffen, oder? Ich habe genug von ihnen. Ich habe dort viele anschläge in Personen getroffen. Weil ich will verdammt sein, wenn ich mich für ihre Fehler kreuzigen lasse. Ja, nun beruhigt euch bitte einen Augenblick lang. Ich weiß über die Ereignisse wohl Bescheid. Und ich möchte euch eine einfache Frage stellen. Dann tut dies. Ich möchte diese Angelegenheit ein für einmal hinter mich bringen. Oh, das wird so einige Dinge klären. Ich interessiere mich gar nicht so für die Details der Ereignisse in der Hafnerfeste. Nein, ja, hier, ich möchte euch eine andere Frage stellen. Zum guten oder zum schlechten habt ihr euch entschieden, euer Schicksal mit dem Talisas zu verbinden. Sie ist, abgesehen von vielen anderen Dingen, ein Kind Bals. Ja, ich weiß davon. Also schaut bitte nicht so verblüfft. Schlussendlich habt ihr euch dazu entschlossen, euch gegen eure eigenen Gefährten zu wenden und der Sprache eures Herzens zu folgen. Ihr habt Alisas Tarn gesehen und mit ihr sowohl Zeiten des Kampfes als auch Zeiten des Friedens durchgestanden. Ja, das ist jetzt Englisch. Wahrscheinlich ist das Unfinished Business, was wir hier gerade haben, weil ich kann mich daran auch nicht so erinnern. Ihr habt getan, was ihr getan habt. Das kann man nicht leugnen. Ihr habt gewisse eure Gründe und die wiegen sicherlich schwer, wenn ihr daran glaubt. Das ist meine Frage, Jaira. Habt ihr das Richtige getan? Ich würde zweifellos erneut zu handeln. Es wurde bewiesen, dass Talisa eine ansteckende Person ist und die anderen sind umso größere Namen, wenn sie die Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen. Dann soll der Zwischenfall auch von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt werden. Denkt nicht mehr darüber nach. Oh, bevor ich es vergesse, dieser kleine Gegenstand war für euch bestimmt. Ich denke, er ist in all der Aufregung vergessen worden. Tag den bitte bestolz und dann an die Arbeit. Ich glaube, ich kann eurem Verhalten, nur da ich es näher in Augenschein nehmen durfte, den richtigen Namen zu weisen. Ich hätte mir ja denken können, dass ihr Anagramme liebt, Terminsel. Ja, nun, irgendwie muss man ja sich ja auch im Greisenalter noch ein wenig amüsieren. Viel Glück, Jaira. Glaubt nicht, dass man euch aufgegeben hat, bloß weil einige so reagieren. Wir agieren nicht auf diese Weise. Also das ist Terminsel. Ähm. Terminsel. Ja, Jaira wird von den Elminster. Ja, Elminster war es höchstpersönlich. Der Mann, der mir von der Botschaft, der mir die Botschaft von Jaira gebrachte, ist zurückgekehrt. Er ist offenbar bestens über den Vorfall mit Galway und Dermin unterrichtet und weiß ziemlich viel über mich. Er wollte offenbar nur herausfinden, ob Jaira ihre Aktionen leid taten und sie sagte, dass sie nichts bereue. Jaira aus Überzeugung, das Richtige getan zu haben, hat offenbar das Platz im Guten gewendet. Die Hafner betrachten die Sache als beendet und werden mich nicht weiter verfolgen. Außerdem hat der fremde Jaira einen Hafnernadel überreicht, eine Ehre, die nicht vielen Hafnern zuteil wird. Mir erscheint es dieser mysteriöse Terminsel wohl niemand anderes als Elminster. Ja, höchstpersönlich. Seltsam, ich habe gehört, dass er sich normalerweise nicht persönlich in solche Dinge einmischt. Es wundert mich, dass er solch großes Interesse an jenen zeigt, die in meiner Gesellschaft reisen. Elminster hatte schon immer großes Interesse an mir. Besondere Fähigkeit. Der Träger erhält plus 5 auf Rettungswürfel gegen Zauber und ein Prozent der Elektrizitätsresistenz und ist gegen magische Geschosse im Mond. Auf den Träger wirkt Unauffindbarkeit. Ja, aber Okay, muss ich die einfach nur tragen? Ja, hier, aber dann trag sie einfach mal. Weil ich weiß nicht, in welchen Slot der Gegenstand gehört. fast zu schwach. Ah, weil weil er auf sie Dings gewirkt ist noch. Das Stärke- So, das war die eine Sache. Damit ist der Droidenhain- und Handelstreff abgeschlossen. Wir können jetzt noch mal in die Docks zurückkehren, weil da war ja auch ein Typ, der uns die ganze Zeit verfolgt hat, aber nicht mit uns reden wollte, konnte. Den haben wir, glaube ich, hier oben bei Renald Blutscalpes Haus stehen lassen. Oder war das der verrückte Hafner, der uns angegriffen hat? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, richtig. Er scheint auf jeden Fall weg zu sein. Auch gut. Also ja, wenn Elminster persönlich sagt, dass die Sache erledigt ist, da ist die Sache erledigt, weil Elminster hat ein bisschen mehr zu sagen als viele andere. Er gehört immerhin zu den drei mächtigsten Magiern der ganzen Welt. Gut. Das heißt, jetzt wollen wir erst mal in den Tempelbezirk. Die Sache ist dann hoffentlich jetzt auch erledigt dort. Tempelbezirk. Dummdi-Dumm. Und dass wir auch mal unsere Tempel-Quest hinter uns bringen könnten. Wenn ihr es wollt. Fragt nur, natürlich. Hallo? Ihr seid mir mehr als willkommen. Man hat mir berichtet, Herr Lisa, wie ihr mit dem verwirrten Mädchen umgesprungen seid, die an ihrem Glauben zweifelte. Ich denke, darüber sollten wir ein paar Worte verlieren. Ich möchte mich bei euch für die fürsorgliche Art bedanken, mit der ihr die junge Frau behandelt habt. Selbst wenn sie der Meinung ist, der Dienst aller Tante sei nicht das Richtige für sie, so wird sie sich doch an die Fürsorge erinnern, die sie hier erfahren hat. Ich werde in Kürze einen weiteren Suchenden Zeug schicken. Bitte stellt sicher, dass euer Rat mit dem Willen des Morgenfürstens übereinstimmt. Ich werde in einigen Tagen zurückkehren, um das Ergebnis zu prüfen.